Jo Freunde, was geht ab? In 10 Sekunden ist ein neuer Shop. Falls ihr neu seid, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Mal gucken, ob schöne Weihnachts-Skins noch kommen. Let's go! Der Weihnachts-Trooper ist wieder am Start. Nice. Mit Backbring sieht fresh aus, der Skin. Für 1500. Heftiger Skin auf jeden Fall. Dann haben wir hier ein Erntewerkzeug. Schön so ein Tannzapfen. Jo, für 1200. Dann passend zum Skin einmal die Lackierung. Schöne Lackierung für 300. Unser Mopser ist wieder da. In drei verschiedenen Stilen. Dazu natürlich ein Backbring. Das Ganze gibt es für 1500. Oh, das ist doch noch was Schönes hier. Eine schöne Pilger X für 1200. Weihnachtsbraten. Dann haben wir hier nochmal ein Backbring. So ein Hydrant. Ja, sieht nice aus für 200. So, dann haben wir den Skin Lace. Der ist wieder da. In zwei verschiedenen Stilen. Plus Backbring. Das Backbring feiere ich sehr. Das Ganze gibt es für 1500. Dann haben wir Paradox. Nicht so schöner Skin meiner Meinung nach. Plus Backbring für 1500. Ja, Allsicht. Pigax. Allsicht für 800. Sehr, sehr nice mit dem Auge hier. Dann haben wir hier nochmal einen Hängegleiter. Wir haben auch nichts Besonderes für 500. Sandsturm. In weiblicher Skin. In drei verschiedenen Stilen. Für 1200. Und der männliche ist auch natürlich da. Den gibt es auch in drei verschiedenen Stilen. Für 1200. Dann haben wir hier eine Lackierung. Für 500. Kondensstreifen Chrono. Für 400. Ja, sieht nice aus. So. Ah, okay. Dann haben wir hier nochmal Sumpfjägerin. Für 800. Ein schöner Skin. Dann haben wir hier eine nice Lackierung. Eine Schlörf Lackierung. Für 700. Die sieht echt fresh aus. Ja, dann haben wir hier dunkle Vorhut. Ein Astronautenskin. Plus Backbring. Die Farben sehen echt schön aus. Für 2000 gibt es das. Dann haben wir ein Emote. Für 500. Zum Fortbewegen. Der Adler ist wieder da. Für 500. Dann Schattenboxer. Für 200. Ja. Master Chief ist noch drinne. Die Weihnachts-Skins sind auch noch hier drinne. Die Lebkuchen-Skins auch. Klar. Ja, das war es vom Shop, ihr Lieben. Falls ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo, ein Like da. Kommentiert, wie ihr den Shop findet. Und wenn ihr möchtet, gebt meinen Creator-Code HankTV049 im Shop ein. Danke für den Support, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss. «